Heute gucken wir uns Local Storage bzw. die Web Storage API an. Also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es wie gesagt um die Web Storage API bzw. halt Local Storage. Und das Ganze werden wir uns heute angucken und einfach damit mal ein bisschen rumspielen. Wir werden so ein kleines Formularfeld bauen, was wir ausfüllen, wo es dann halt im Local Storage gespeichert wird, wo wir es löschen können und so weiter. Und ich werde so ein bisschen was erzählen, zu was die möglichen Anwendungsfälle sind, außer beispielsweise irgendwelche Session-Tokens oder sowas zwischenzuspeichern. Grundsätzlich werden wir jetzt damit direkt loslegen. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Da könnt ihr den Community-Server joinen, könnt einfach mal Hallo sagen, Fragen stellen oder einfach der Community joinen. Ansonsten legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Als erstes zeige ich euch mal, was wir heute eigentlich bauen werden. Ihr seht hier schon Chrome. Ich habe hier unten die Entwicklerkonsole offen, bin hier im Application-Tab und habe hier bei Local Storage meine aktuelle URL ausgewählt. Wie ihr seht, ist das noch leer. Hier ist nichts und hier oben habe ich ein kleines Formular mit Vorname, Nachname und einem Reset-Button. Das Ganze, was wir heute machen werden, ist ziemlich simpel. Wenn ich hier jetzt beispielsweise reinschreibe Tom Mustermann, ihr habt schon gesehen, dann passiert nämlich etwas. Und zwar hier unten im Local Storage wird mein Formular hinterlegt. Einmal mit Formular Nummer 1 und dann hier einem Value, beziehungsweise das ist ein JSON-File, wo ein Key-Value-Pairing besteht aus Nachname Mustermann, Vorname Tom. Das sind hier unsere Input-Felder. Wenn ich jetzt die Seite neu lade, ich drücke jetzt einfach mal F5, dann seht ihr, es wurde ein Formularzustand gefunden und unsere Werte werden hier eingesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Tom hier rauslösche, seht ihr, es wurde etwas verändert, weil ich das Ganze jetzt neu lade, dann seht ihr, dass hier der Vorname leer bleibt. Seht ihr auch hier unten, weil hier nichts drin steht. Wir können das Ganze auch manuell über den Reset-Button löschen, dann ist das komplett weg und es wird nichts mehr geladen. Wenn ich jetzt neu lade, seht ihr auch, es ist wieder ganz normal. Und das werden wir heute bauen. Aber grundsätzlich erstmal ein bisschen Theorie. So, und zwar geht es heute, wie gesagt, um die Web Storage API. Und diese setzt sich aus zwei verschiedenen Sektionen, sogenannten Storages, zusammen. Und zwar einmal dem Local Storage und dem Session Storage. Ihr seht auch hier, wenn ich in meinem Tab bin, seht ihr hier Session Storage und Local Storage. Diese beiden werden exakt identisch genutzt. Was heißt, ihr könnt dieselben Befehle auf beide anfinden. Ihr müsst sie nur unterschiedlich betiteln. Der einzige Unterschied ist, dass der Session Storage gelöscht wird in dem Moment, wenn der Tab geschlossen wird oder der Browser geschlossen wird. Der Local Storage allerdings bleibt erhalten. Und je nach Browser könnt ihr in diesen Speichern auch unterschiedlich viel hinterlegen. Wenn ihr aber so etwas macht, wie einfach nur hier kleine JSON-Dokumente oder sowas zu hinterlegen, dann ist das alles nicht so wirklich aufwendig und sollte eigentlich keine Leistung ziehen. Aber grundsätzlich findet ihr diese Seite unter dem Video verlinkt. Und hier findet ihr auch alle Beispiele, nochmal Erklärungen, was sind Session und Local Storage. Aber ihr findet hier auch alle Befehle, die es gibt. Es gibt nicht viele, muss ich sagen. Es gibt eine Handvoll, sagen wir mal. Und zwar einmal Storage Get Item. Damit könnt ihr ein Item aus dem Local Storage bekommen, indem ihr das Key Value vergebt. Dann könnt ihr ein Item setzen. Ihr könnt ein Item löschen, natürlich. Und ihr könnt das ganze Ding löschen. Das sind so die Befehle, die es gibt und die wir heute auch nutzen werden. Und ja, damit legen wir jetzt direkt los. So, und los geht's mit dem eigentlichen Tutorial. Wie immer, hier in der Seite habe ich meine Standard-Entwicklungsumgebung, wie genau diese funktioniert, unter der Videobeschreibung, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Den ganzen Code zu diesem Video findet ihr in CodePen. Hier in der Seite habe ich auch schon Chrome offen mit der Entwicklungskonsole, unser Formular, was wir gerade schon kennengelernt haben. Und hier habe ich einfach das Formular ein bisschen gestylt in der CSS-Datei. Das einzig Relevante oder eventuell Relevante ist dieser Bereich hier. Dazu werde ich gegebenenfalls später noch ein bisschen was sagen. Ansonsten werden wir mit dem CSS nicht viel machen. Ist auch relativ unwichtig, dieses Video. In unserer Index-HTML habe ich ein Formular. Neben halt natürlich unserer Standard-CSS-Datei, in der Schrift, die ich nicht nutze, hier eine Global Min, was heißt einfach eine JavaScript-Datei, zu der wir unsere JavaScript-Datei kompilieren. Und hier, wie gesagt, das Formular. Das Formular hat einen Namen, nämlich Formular Nummer 1. Dann, es hat hier so ein P-Tag, wo einfach was drinsteht, nämlich es wurde kein Formularzustand gefunden. Zwei Input-Felder. Wichtig ist hier, dass beide diese Input-Felder einen Namen haben, weil den werden wir später nutzen. Und wir haben hier einen Button mit Reset. Das Ganze, wie gesagt, ist unser 0815-Formular, was wir jetzt nutzen werden. Hiermit werden wir aber auch nicht wirklich viel machen. Unsere meiste Arbeit sozusagen läuft in unserer JavaScript-Datei ab. Und was machen wir hier jetzt? Das Erste, was wir machen, ist, wir müssen jedes Formular auf unserer Seite in irgendeiner Form bekommen. Das heißt, hole uns jedes Formular auf der Seite. So, das wird unsere erste Zeile. Dazu machen wir eine neue Variable. Die nennen wir Forms. Und hier nutzen wir document.querySelectorAll, um Formen zu bekommen. Was heißt, wenn wir diesen Wert jetzt ausgeben lassen, einfach console.log und hier sagen wir Formulare, Forms und geben uns das Ganze mal aus, dann seht ihr hier, ihr kriegt eine Liste von verschiedenen Formularen. Wenn wir jetzt mehrere Formulare hätten, werden hier mehrere Formulare. Was heißt, das ist unsere erste Zeile, die wir brauchen. Was ist unsere nächste Zeile? Wir müssen dafür sorgen, dass unser Formular einen Event-Listener erhält. Das heißt, wir sagen jetzt Forms, Punkt und dann ForEach. Hier sagen wir Element. Zack. Und haben jetzt eine ganz normale ForEach-Schleife. Und hier rufen wir eine neue Funktion auf, nämlich addEventListenerToEveryForm. Und hier geben, an diese Funktion geben wir unsere, unser Element, unser Formular in dem Moment weiter. Das Ganze kopieren wir uns jetzt. Und erstellen uns hier oben eine neue Funktion mit dem Namen. Hier sage ich jetzt, okay, diese Funktion erhält jetzt von mir eine Variable. Das ist unser Formular. Und damit soll jetzt etwas gemacht werden. Und was machen wir damit? Wir sagen Form, Punkt, addEvent. Nein, die sollen wir wirklich in EventListener hinzufügen. AddEventListener und dann Change. Was halt sobald sich das Formular ändert, soll etwas passieren. Und zwar wollen wir eine Function aufrufen. In dem Moment. Und diese Function soll etwas machen. Und zwar als erstes soll sie uns ein neues Object erstellen. Das ist in unserem Fall einfach aktuell noch leer. Und jetzt müssen wir etwas machen, was wir aus einem Video von vor einigen Wochen schon kennen. Und zwar sagen wir jetzt vor, let i gleich 0, was heißt wir bauen uns eine ganz einfache Vorschleife, sagen i kleiner Form.Elements.Length, was heißt so lange i kleiner ist als die Elementfelder, also die unserer Inputfelder, so lange soll es durchlaufen und nach jedem Durchlauf soll i halt größer werden. So, jetzt können wir das nämlich nutzen und sagen, okay, das erste, was wir jetzt machen, wir geben uns jetzt einfach erstmal alle Inputfelder aus, Inputfelder, Komma und hier sagen wir jetzt vom Elements, das ganze Element, so, das muss natürlich auch richtig sein. Das ganze kopieren wir uns jetzt hier unten rein, eckige Klammer auf und schreiben hier i rein, sodass wir das gezielte Element auswählen, was wir auch später nutzen wollen, speichern das Ganze mal ab. Und in dem Moment, wenn ich jetzt hier etwas eintippe und sich das ändert, seht ihr hier schon, wir kriegen Inputfelder, Typ Input, Inputfelder, Typ Input, Inputfelder, Typ Input, Typ Button. Den Button da wollen wir aber nicht, den wollen wir weder speichern, noch wollen wir den später nutzen. Was heißt, wir sagen jetzt, if, Klammer auf und hier sagen wir form.elements, Klammer auf, i und hier sagen wir .tagname, gleich, 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 Input. Gut, so, solange es also Input ist, soll er uns das Ganze mal ausgeben. So, speichern wir jetzt ab, schreiben hier nochmal etwas rein, gehen hier raus und in dem Moment haben wir hier nur noch unsere Inputfelder. Das hat schon mal wunderbar funktioniert, das können wir nutzen. So, was müssen wir jetzt machen? Wir haben hier oben ein Object erstellt. Dieses nehmen wir jetzt, kopiere ich mir jetzt einfach mal, so, kopieren und hier unten füge ich mir das einfach mal ein und sage jetzt hier eckige Klammern auf und hier nehme ich jetzt einfach wieder unser form.element, was wir definiert haben, schreibe das hier rein und sage Name. Was heißt, wir wollen jetzt unser Objekt ein neues Key, ein Key-Value geben und zwar mit dem Namen unseres Elements, also unseres Inputfelds, in diesem Fall hier unten Vorname und das hier unten Nachname. Wenn wir das Ganze haben, können wir jetzt sagen gleich und hier sagen wir wieder Elements.Value, was heißt, das Wert unseres Key-Pairs ist jetzt Name unseres Inputfelds und das jeweilige Value. Wir können jetzt hier unten auch einfach mal sagen Console.Log Values, Object, das Ganze speichere ich jetzt ab. Wenn ich jetzt etwas eingebe und hier etwas eingebe, seht ihr, unser Value ist ein Objekt, was aus einem JSON-Pile besteht, wo Vorname drinsteht und Nachname drinsteht und das Ganze geben wir aus und können jetzt damit etwas machen. Aber was wollen wir damit machen? Wir wollen das Ganze in unseren Local Storage speichern. Was heißt, wir brauchen eine Funktion, die nennen wir Save Local Storage oder wir nennen es Save to Local Storage. An diese Funktion müssen wir ein paar Sachen übergeben sozusagen, nämlich einmal unseren Formular Name und wir wollen übergeben unser Objekt. Was heißt, als erstes hauen wir unten einfach mal unser Objekt rein und davor machen wir ein Komma und hier sagen wir Form.Name. Was heißt, wir nehmen uns unser Formular, das wir gerade bearbeiten und einfach das jeweils mitgegebene Name. In unserem Fall wäre das Formular Nummer 1. Das wollen wir jetzt nutzen, aber wir brauchen natürlich hierzu erstmal unsere Funktion, damit wir das auch nutzen können. Was heißt, eine neue Funktion erstellen, zack und hier sagen wir Form.Name, Objekt. So, das sind unsere beiden Werte, die wir für diese Funktion brauchen und was wir hier jetzt definieren müssen sozusagen ist Local Storage. Was heißt, wir sprechen jetzt unseren Local Storage an. Das machen wir über diese einfach Bezeichnung Local Storage und hier nutzen wir jetzt die Standardfunktion, nämlich Set Item. Und Set Item wartet von uns als erstes ein String, den er als Name nutzen kann. Das ist in unserem Fall Form.Name. Und das nächste, was wir haben, ist ein Objekt. Wir nennen das hier auch mal besser. Wir nennen das Key, weil das ist unser Key und den schreiben wir unten rein mit Objekt. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und ich das hier aktualisiere, hier irgendwas eintippe, dann seht ihr hier, es wird nichts mehr ausgegeben. Aber unter Application haben wir hier jetzt unser Key-Value, unser Formular Nummer 1 und hier ein Value, nämlich Objekt. Was wir jetzt noch machen können, was ich persönlich besser finde, ist, wir sagen hier JSON Punkt und warum funktioniert das nicht? Stringify, so, und hier Objekt. Und zwar haben wir jetzt unser Formular nicht mehr als Objekt gespeichert, sondern wenn ich jetzt etwas eingebe, speichern wir das als JSON. Das ist einfach ein bisschen leserlicher. Grundsätzlich haben wir jetzt eine Funktion, die uns ein Event-Listener beim Change auf jedes Formular legt. Wir können das Ganze in einem Local Storage speichern oder auch wenn wir hier jetzt sagen, Session Storage, speichern wir das alles ab, geben hier etwas rein. Dann passiert hier nichts mehr, dafür aber hier in unserem Session Storage. Das heißt, das funktioniert auch. Aber wie gesagt, wir bleiben für dieses Video bei Local Storage, speichern wir jetzt ab, können wir so nutzen. Das nächste, was wir machen wollen, wir wollen dafür sorgen, wenn wir hier drauf drücken, wenn ich hier etwas eingegeben habe, haben wir jetzt hier unseren Local Storage befüllt. Und wenn hier auf Reset gedrückt wird, wird das hier nicht gelöscht. Was heißt, wenn ich das lade, dann passiert auch noch nichts. Was heißt, wir wollen jetzt erstmal eine Funktion haben, die uns das Ganze löscht. Das heißt, wir sagen jetzt hier eine neue Funktion und zwar Clear Local Storage. Und welchen Local Storage sollen wir clearen? Wir sagen hier wieder, diese Funktion erwartet von uns einen Key. Das heißt, welche Local Storage er speichern soll, er löschen soll. Und hier unten müssen wir jetzt wieder unseren Local Storage aufrufen und dann Punkt und dann Remove Item und dann sagen wir einfach unseren Key. Das heißt, wenn wir diese Funktion aufrufen, können wir jetzt ein bestimmtes Formularfeld beispielsweise einfach löschen. Und das können wir ganz einfach machen. Und zwar hier oben haben wir unsere EventListener-Funktion. Hier sagen wir jetzt Form. Punkt, AddEventListener, Klammer auf. Klammern, Gänsefüßchen auf. Und hier sagen wir Reset. Was heißt, wenn ein Reset eintritt, rufen wir wieder eine Funktion auf. Diese Funktion, großes Fenster, soll dann etwas machen. Und zwar in unserem Fall schlichtweg unsere Clear Funktion aufrufen. Und an diese Clear Funktion geben wir jetzt einfach etwas weiter. Und zwar haben wir hier unser Formular. Und wir sagen einfach hier, wie hier unten unser Formular Name. Was heißt, das Ganze können wir jetzt abspeichern. Und in dem Moment, wenn ich jetzt auf Reset drücke, wird unser Local Storage gelöscht, weil diese Funktion aufgerufen wird. Es gibt hier auch noch eine Funktion, die heißt Local Storage Punkt Clear. Wenn ihr das macht, dann wird der gesamte Local Storage gelöscht und nicht nur euer eigenes Pair. Damit müsst ihr halt ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ihr das auch machen wollt, beispielsweise der User hat sich ausgelockt und ihr wollt einfach alles löschen, dann ist das natürlich eine gute Möglichkeit. Das hier löscht wirklich nur ein Item, also ein Key Value, was ihr hier mitgebt. Aber unsere Kernfunktionalität, nämlich wenn ich hier etwas eingegeben habe, dass das Ganze geladen wird, haben wir noch nicht. Hierzu müssen wir jetzt etwas machen. Nämlich als erstes brauchen wir eine Funktion, die kontrolliert, ob unser Local Storage existiert. Und hierzu sage ich jetzt einfach ist Form Set. Diese Funktion kriegt von uns ebenfalls ein Key und soll einfach nur True oder False zurückgeben, ob unser Key Value, was wir mitgeben, gesetzt ist. Was heißt, wir sagen if und dann Local Storage Punkt Get Item. Unser Item, was wir mitgeben, ist Key und diese Funktion returnt uns True oder False. Und hier sagen wir einfach, wenn das nicht gesetzt wird, Return False. Und wenn das gesetzt ist, Return True. Was heißt, mit dieser Funktion können wir jetzt einfach kontrollieren, ist unser Wert gesetzt oder nicht. Und ganz zu Beginn, wenn wir am Anfang durch unsere Formulare laufen, dann wollen wir etwas kontrollieren, nämlich if unser Element, wobei erstmal unsere Funktion und dann hier Element Punkt Name. Was heißt, unser Formular Name, ist der gesetzt? Wenn, dann mache ich etwas und zwar sage Console Punkt Log ist gesetzt und Komma Element Punkt Name. So, das Ganze speichern wir jetzt ab, aktualisieren das mal und hier in der Konsole haben wir schon Formular 1 ist gesetzt. Das heißt, das funktioniert und wir können jetzt hier mit etwas machen. Und zwar wollen wir eine Funktion aufrufen, die nennen wir SetFormValue und hier sagen wir, geben wir einfach unser Formular weiter. Und diese Funktion müssen wir jetzt natürlich ebenfalls noch gestalten. Hier oben sagen wir jetzt einfach mal eine weitere Funktion. Zack und hier wieder unsere 0815 Formular Funktion. Und was machen wir hier jetzt? Wir machen im Prinzip etwas sehr ähnliches wie das hier unten. Was heißt, wir kopieren uns jetzt erstmal einfach diese Schleife hier, posten die hier rein. Was heißt, wir gehen jetzt auch durch jedes einzelne Formular Feld. So, das Einzige, was wir hier jetzt machen, ist, wir haben hier unsere Formularschleife. Das Ganze nehmen wir. Wir haben hier unten unser Bereich. Den brauchen wir eigentlich nicht, aber da werden wir uns gleich noch ein paar Sachen rauskopieren. Was heißt, ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen Platz. Und hier an der Seite können wir jetzt was machen. Und zwar das Erste, was wir machen wollen. Wir nehmen uns unser FormElement. Was heißt, wir kopieren uns einfach mal das hier raus. Speichern das hier rein. Und hier sagen wir Value. Was heißt, bei dem Durchlauf dieser Formulage, also dieser Schleife, soll das aktuelle Element, das jeweilige Value, gesetzt werden. Und zwar mit einer Funktion Load Value from Storage. Und zwar diese Funktion wird uns später einen eigenen String oder eine Zahl oder was auch immer returnen. Allerdings braucht die noch einen Wert. Und zwar muss die von uns nämlich das hier bekommen mit FormElements.Name. Was heißt, einmal braucht sie das Input-Feld, das wir gerade nutzen wollen. Und sie braucht zusätzlich unser Formular, beziehungsweise unser Formular.Name. Das Ganze müssen wir nämlich an diese Funktion weitergeben, weil wir müssen jetzt aus dem Storage sozusagen unsere einzelnen Elemente wieder laden können. Das Ganze ist ziemlich simpel. Und zwar sagen wir hier auch wieder eine neue Funktion. Und die haben wir hier schon benannt. Nämlich Load Value from Storage. Und hier können wir jetzt einfach sagen, okay, wir möchten jetzt aus unserem Wert etwas laden. Das Erste, was wir hier zu kontrollieren müssen, ist unser Local Storage gesetzt. Das haben wir hier oben schon mal gemacht. Das kopieren wir uns hier jetzt auch genauso rein, weil das mehr brauchen wir hier nicht. Und was wir hier brauchen, ist einmal Form, oder wir nennen das auch Key. Und hier nennen wir es Name. Das sind nämlich hier einmal unser Formular Name, ist unser Key. Das ist den, den wir hier vorne gesetzt haben. Oder nennen wir das hier einfach Value, damit das deutlich ist. Und Value ist das hier hinten, was wir später aus unserem JSON rausholen wollen. Und das Erste, was wir hier zu machen müssen, ist, wir sagen jetzt hier, okay, gebe uns einfach, wenn es gesetzt ist, eine neue Variable, nämlich Local Storage Payload. Und hier sagen wir einfach Local Storage Punkt Get Item. Und Get Item erwartet von uns halt den Key. Und dann können wir das Ganze auslesen. Wenn wir das Ganze jetzt so auslesen lassen, und ich das Ganze mal mit Console Log ausgeben lasse, was heißt, wir geben jetzt hier einfach mal unsere Payload aus. Oh, irgendwas hat nicht funktioniert. Ah, hier unten. Hier muss ich natürlich unser Formular bei Set Value, was wir ja hier unten im Prinzip setzen, und hier das Formular weitergeben, muss natürlich hier auch angenommen werden, damit wir das Ganze wirklich laden können. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sollte es wieder funktionieren, ja, hat wunderbar funktioniert. Hier wird unser Value ausgegeben, was heißt, wir haben jetzt eine Funktion, die uns mehr oder weniger unsere Werte hier wieder ausliest. Was wir jetzt natürlich noch wollen, ist nicht nur, dass das hier ausgelesen wird, unsere Payload, sondern wir wollen ja auch gezielt ein Item auslesen. Und das hier ist jetzt aktuell einfach ein String. Was heißt, hier können wir nicht mit irgendwie Punktnotation oder sowas unsere Values auslesen. Das müssen wir jetzt noch ändern. Deswegen sage ich jetzt hier JSON Punkt und dann Pass, Klammer auf. Zack, und das müssen wir jetzt hier hinter Key einmal wieder schließen, sodass, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, seht ihr hier, wunderbar, es hat uns das neu ausgelesen. Und wir wollen jetzt natürlich, diese Funktion wird dreimal aufgerufen. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen die zweimal aufrufen, und zwar nicht nur zweimal aufrufen, sondern gezielt die Values aufrufen, die wir haben. Und deswegen sagen wir jetzt hier unten einfach, okay, return. Und hier sagen wir Local Storage Payload wollen wir returnen. Und zwar hier hinterher machen wir jetzt einfach geschweifte Klammern auf und sagen, unser Value wollen wir returnen. Was heißt nicht alles, sondern nur das mitgelieferte Value, was wir aktuell hier haben. Das wäre in unserem Fall der Name des Formularfeldes, den wir haben. Und sofern nichts gesetzt ist, soll es uns einfach ein leeres Formularfeld zurückgeben. In dem Moment, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, seht ihr aktuell noch nichts. Es wurde schon gesetzt, aber wenn ich das hier jetzt mal ausgeben lasse, speichere ich das ab, seht ihr hier, es wurde, diese beiden Felder wurden gesetzt. Wichtig ist, hier unten steht undefined. Dieses bedeutet, dass er auch hier durch unseren Button narriert. Das wollen wir natürlich nicht. Was heißt, wir müssen auch hier, wie wir es oben auch schon mal gemacht haben, eine kleine Schleife einbauen. Die kontrolliert ist unser Tag, den wir gerade nutzen, ein Inputfeld. Und das Ganze können wir auch hier oben einfach ausgeben lassen. Wenn wir hier beispielsweise sagen, console.log value, speichern wir einfach mal ab, dann seht ihr hier, das ist leer und wird nicht gesetzt. Dasselbe ist, wenn wir das hier unten kontrollieren, wo unser Set Value ist, kontrollieren wir hier nur, ist ein Formular gesetzt, aber nicht, was dahinter steckt. Was heißt, wenn wir unsere Set Value Funktion angucken, sehen wir hier diese Schleife, die wir hier gebaut haben und hier können wir im Prinzip genauso arbeiten wie da oben. Was heißt, hey, ist das Formularfeld, was wir gerade haben, ein Inputfeld? Wenn ja, dann mach das, was wir geplant haben, sonst mach es nicht. Jetzt haben wir nur noch unsere beiden Felder, das heißt, wenn ich das Ganze jetzt lösche, passiert nichts. Wenn ich hier etwas eingebe, die ganze Seite neu lade, dann seht ihr hier, das Formularfeld bleibt gesetzt bzw. ist gesetzt und man kann damit wunderbar arbeiten und die Werte zwischenspeichern. So, ein Element fehlt uns aber noch in unserem Skript und zwar wollen wir, wenn etwas geladen wird, dem Nutzer das auch zeigen. Dazu habe ich ja hier oben dieses P-Tag benutzt. Das Ganze, wenn ich jetzt hier mal unsere SAS-Datei öffne, haben mich so definiert, dass unser P-Tag normalerweise unsichtbar ist, also eine Opacity von 0 bekommt und sobald unser Formular die Klasse found bekommt, soll die Opacity des P-Tags auf 1 gesetzt werden. Was heißt, wir gehen wieder in unsere Function.js, gehen hier runter und sagen, hey, wenn unser Formular gesetzt ist, wenn etwas existiert, dann wähle uns doch bitte unser Formular aus und sage hier classlist.add und hier sagen wir einfach, füge uns diese Klasse hinzu. Das Ganze speichere ich jetzt ab und in dem Moment wird das hier oben angezeigt. Wenn ich das Ganze lösche und neu lade, wird es nicht mehr angezeigt, weil die Klasse nicht hinzugefügt wird und das Ganze funktioniert so eigentlich wunderbar. Und wir können jetzt hier etwas reinschreiben, haben jetzt hier Werte, laden das neu, weil es wird angezeigt, dass etwas gefunden wurde. Ihr könnt auch noch weitergehen und sagen, hey, wir speichern auch noch mit dem Key-Value-Plus-Datum oder so die aktuelle Zeit, wann das Ganze das letzte Mal geändert wurde und speichere das hier mit zwischen. Aber wie gesagt, das Ganze funktioniert jetzt wunderbar. Ihr könnt es auf jeder Webseite verwenden. Und schreibt doch mal in die Videokommentare, was ihr gerne mit Local Storage umsetzen würdet oder welche Ideen euch dieses Video gebracht hat. So, das war es für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt, schreibt es unten in das Video oder sagt einfach auf Discord Hallo oder schreibt mir auf Twitter. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch Amazon Affiliate und Patron, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.